Die Psychologin Wiebeke Möller hat in ihrem Therapiegarten eine Orangerie, die sie zugleich als Privatpraxis nutzt. Auf der Suche nach einem Feinstaubfilter mit integriertem Rauchsauger habe ich daher viel Aufwand betrieben, damit der Feinstaub sowohl im Scharnstein als auch im Bereich der Austrittsöffnung reduziert wird. Der Filter entfernt bis zu 95% der feinen und ultrafeinen Partikel, die durch die Abgase bei der Holzverbrennung entstehen. Ich habe sehr lange darauf gewartet, bis ich den Feinstaubfilter erwerben konnte. 2022 kam der Filter endlich auf den Markt und ich konnte den Verkaufsbeginn kaum erwarten. Der Filter wird im oberen Bereich des Schornsteins angebracht. Die Montage dauert nur eine Stunde und der Kamin ist danach direkt wieder einsatzbereit. Da der Kamin nun ausreichend zieht, brennt mittlerweile das Feuer auch besser. Außerdem ist es deutlich einfacher geworden, das Feuer im Kamin anzuzünden. Dadurch, dass der Rauch nicht mehr an die Innenräume zieht, ist auch der lästige Rauchgeruch verschwunden. Alles ist durch diesen Feinstaubfilter so viel einfacher geworden. Und die Emissionen meines Kamins sind mittlerweile so gering, dass ich kaum noch Rauchgase aus meinem Scharnstein entweichen sehe. Die Filter von Exodraft tragen zu einer maßgeblichen Feinstaubreduktion bei und machen Kamine zu einer noch umweltfreundlicheren und emissionsärmeren Wärmequelle. Auf unserer Website www.kaminfeinstaubfilter.de erfahren Sie mehr über unsere Feinstaubfilter. Auf unserer Website www.kaminfeinstaubfilter.de